hallo leute im moment drehe ich keine videos aber ein video habe ich noch für euch hallo leute das ist ja hier ein wetter ich bin hier auf sizilien und zwar in der schönsten stadt von sizilien in taormina und da mache ich mal einen rundgang ich gehe los da 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 unten ist taormina und wir sind hier auf dem aufstieg zur kirche und ich kann euch sagen das ist schon eine sau anstrengend ich keuche schon da 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 ist er der ätna sind ein paar wolken davor aber ihr könnt mir glauben das ist er wirklich das ist da 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 Das war's für heute. Na ja, betreten kann man das natürlich nicht mehr. Das kann man sich nur anschauen. Ihr seht ja da, das fällt ja schon quasi zusammen. Ja, das antike Theater von Taormina, das ist sehenswert. Toll. Ja, es hat sich jetzt hier ein bisschen bewirkt. Das Wetter ist ein bisschen schlechter geworden, aber es regnet nicht. Und das kann man mal positiv sehen. Und eigentlich hatte ich noch das Ziel, die Isola Bella zu besuchen. Und zwar, da unten ist sie zu sehen. Die ist durch so eine kleine Furt, kann man da rüberlaufen. Mal sehen, ob ich mich das traue. Also, das ist zu tief. Das wird leider nichts. Da müsste ich meine Hose ausziehen. Und darauf, das möchte ich den Menschen hier wirklich nicht zunuten. Das war's für heute. Vielen Dank.